So, jetzt bin ich nach Matthias End gekommen, wo Silver Talon jetzt rübergelaufen ist und jetzt bin ich mal gespannt, ob hier jetzt irgendwas passiert oder immer noch der gleiche text und wie viele von euch muss ich noch erschließen bis ihr es versteht dich noch dann hört zu ich habe eine botschaft für euch du und jeder einzelne von euch makropolen Gaunern die für Silver Talon arbeiten ihr verschwindet und kommt nie wieder verstanden? sie ist eine tote frau und wenn ich dich bei ihr erwische dann hast du die letzte chance verschmiert die du je kriegen wirst und jetzt hau ab ja du lässt ihn laufen fürs erste so nützt er uns mehr geh und lass dich auf vordermann bringen nimm dir was du brauchst, dann beenden wir das ich bin dabei ach so ich bin jetzt von hier angekommen und nicht von hier und eine weitere große nummer abmann ich habe frische optik und motorik du musst dir meine bionics ansehen äh ist mir egal, ist mir auch egal obwohl genug energiebelohnung plus plus sechs da habe ich jetzt nicht mehr genug credits für da äh auch wurscht na gut, lassen wir so ich arbeite gerade an etwas sehr besonderem es geht um mein Mastiff pippen wir den Hund vielleicht noch ein bisschen wo der ist jetzt auch teuer geworden das wird ihm auch so sie gehören zu meinem Best einige davon würde ich sogar selbst nehmen hi da hast du Jericho gesehen? nicht seit er hier alles kurz und klein geschossen hat ich weiß nicht ob er eine Wahl hatte dieses Mal vielleicht nicht aber wenn ihr hier weiter Ärger macht, kriegt ihr Hausverbot ihr schuldet mir das wofür? für die Schäden hier wir zwei na sieh an bist du bereit? es geht los ja bin bereit immer Zeit das alles zu beenden Zeit für deinen großen Zahltag wo hast du deinen verdammten Hund? du wirst ihn brauchen auf sie ok äh empfehle ich noch meine Mission Araneos Ventril nur ganz oben ja Ausrüstung lasse ich so aber ich werde noch einen Minipack kaufen und dein Steampunk danke und auf geht's zur finalen Mission Silver Talon und bitte und äh ich habe jetzt immer noch keine Ahnung wen die da eben umgebracht habe die Frau da die da mit 2 3 4 5 Renegade Panzern würde ich jetzt sagen wer heißen die Dinger ja Carol Jericho hat Silver Talon bis zu ihrem Verscheck verfolgt dort hat sie sich verschanzt zusammen mit den Black Serpents dem Rest ihrer Söldner und all dem Rotz der Makropole die verzweifelt genug ist um für sie zu arbeiten zusammen mit Carol Jericho musst du dir einen Weg durch die Söldner und die Ashergänge zu kämpfen und Silver Talon endlich erledigen zu können aber Shadow ist ebenfalls schon nach stimmt den habe ich schon wieder vergessen das ist also sie sind hier alle ja da vorne ist ein Reklamatorium wie es aussieht haben die Black Serpents sich da schon länger drin versteckt Silver Talon ist bei ihnen ja ja ziemlich sicher ich bin den Söldnern gestern bis hierher befolgt nachdem ihr sie aus Martyrs End ausgeworfen habt das sind aber noch mehr von denen und auch der Rest der Goliaths die Stim Dogs die denken wohl sie hätten mit jemandem noch eine Rechnung offen da sind sie nicht die einzigen ok und wie viele Wege führen hinein ich hab zwei gefunden also gut klingt nach einem Plan such dir aus welchen du nehmen willst wir sehen uns drin ich hab vier Scherz tun ich hab 69.000 und ich hab sie übertappen dass ich noch Dresdungs übrig hab ok der ist ein Warnrad und damit kann man raus ok ähm hier ist eine Tür und hier ist eine Leiter ok auch nicht mit dem kann ich interagieren hab aber alle schon ach ich nimm die Tür zu ihr stinkt wie in der Hölle geht denk dran das ist es jetzt beenden wir es Silver Talon sitzt in der Falle jetzt nur keine Fehler erledigen wir sie ja 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 so fängt schon mal schlecht an das ist ich habe mich für die grüne Lichter hier ja Säure sie Olle Hier gibt es Munition Und Geld Und Munition Und Efectos Araya Okay Ich habe eine Idee Was machst du? Das fand ich gerade gut Jetzt zur nächsten Frage Wie komme ich denn da hin? Ja lang wahrscheinlich Hallo? Hallo? Ja das sieht irgendwie richtig aus Ich höre hier da was Hier kommt man dann Gut auch nicht Egal Und der vielleicht Und dann hier lang Und man ist am Säuresee Und sagt Juchee Und freut sich Dass man nicht weiß Wo man langen soll Da Ich habe hier so eine Treppe Leiter Eine Treppe In der Leiter Okay Weil hier was grünes war Bin ich hier Gut Gut Das ist er Auf ihn ist das Kopp Ich habe hier Ich habe hier Ich habe hier Was ist das? 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 Und jetzt muss ich auf das Boot wahrscheinlich. Was ist das? 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 Das fällt jetzt rückwärts hier durch. Was ist das? 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 Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Da kann man die Matrosen über Regeln sehen. Hübsch, so Kathedralen hier unten. In der alten Welt. In der alten Welt. Rohre überall. Und den Bereich, den ich noch nicht gesehen habe. Was ist das? Ich bin jetzt hier von dem Boot. Ich habe keine Lust die ganze Zeit mit der Angst zu schüppern. Ich habe keine Lust die ganze Zeit mit der Angst zu schüppern. Da gibt es hier oben noch etwas interessantes. Warte. Kurz. Na gut, das bleibt hier stehen. Oh, da war ein Hund. Ich will die nicht verschwenden. Ich will die nicht verschwenden. Ich will die nicht verschwenden. Und wieder im Schiff. Gut. Gut, dass er stehen bleibt, wenn ich hier aufräume. Oder nicht gut. Ach, ich weiß. Auf jeden Fall könnte das jetzt etwas länger dauern. Und da kommt Bosskampf mit Jericho. Und äh. Ich will hier vielleicht noch etwas hinterlassen. Das ist er! Bring die mir! Nein! Sag mal! Ah. Darauf ein Schluck. Ja. Dann komm doch her. Du hast eine Munition für mich, hab ich gehört. Achtung! Was? Danke für's vorher geschält sein. Oh, guck mal. Darum kann ich hin. Ach, meine, ich lass dir das mal suchen. Ich hab noch eine Runde! Ja, ja. Schon vorbei. Licht.